Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Lohnt sich der Parfum Resell? Lohnt sich das Verkaufen von Proben? Und wie sieht es eigentlich mit den Margen bei diesen Geschäften aus? Das ist die Frage, die ich mir persönlich gestellt habe und ich habe für euch ein Experiment gewagt und einfach mal probiert, was man so mit Parfum Resell verdienen kann. Und das ist eben genau das, worum es in dem heutigen Video geht, also ein bisschen ein anderes Video als sonst. Aber wenn ihr da schon Erfahrungen gemacht habt und ihr eure Eindrücke auch teilen möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt auf euren Input. Okay, also grundsätzlich gibt es ja schon mal zwei Möglichkeiten, wie man Düfte wieder an den Mann oder an die Frau bringen kann. Auf der einen Seite ist das, den Flakon zu verkaufen und auf der anderen Seite ist das, das Proben verkaufen und abfüllen natürlich auch. Und egal, welche Variante du jetzt nimmst, erstmal ist natürlich wichtig, dass man versteht, wie sich Preise zusammensetzen und welche Margen, also welche Gewinnmöglichkeiten es da einfach gibt. Grundsätzlich ist es so, da muss ich einfach auch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, denn es gibt eigentlich, egal ob offline oder online, nur sehr, sehr selten Rabatte über 30% in Online- oder Offline-Stores. Wir haben jetzt gerade tatsächlich das Beispiel gehabt, dass die Parfümerie Vollmar in Bonn leider ihre Pforten schließt. Also die haben einen Inhaberwechsel, soweit ich weiß, oder werden jetzt in eine andere Parfümerie umgebrandet und die haben einen großen Schlussverkauf und da wurde jetzt natürlich auch geworben mit bis zu 60% Rabatt. Es ist aber nun mal so, dass einige Marken das unterbieten, dass man Rabatte spielt und das deshalb auch nicht ganz so selbstverständlich ist, dass man, wenn da jetzt steht bis zu 60%, dass man jetzt auf die meisten Lüfte 60% bekommt. Das ist natürlich nicht so, sondern bei den meisten wird es so um die 20% liegen. Also ihr könnt euch merken, wenn ihr in einer Parfümerie einen Deal bekommt mit 20% Rabatt auf ein eingeschweißtes, original verpacktes Produkt, dann ist das auf jeden Fall schon ein sehr, sehr guter Deal. Wenn es darüber hinaus geht, dann eigentlich nur an Black Friday oder wenn man eben besonders viel Glück hat. Und für die meisten Nischenprodukte wird es, denke ich, so bei 5-10% Rabatt liegen. Das ist so ein sehr guter Einkaufspreis, kann ich persönlich aus meiner Erfahrung heraus sagen. Und da ist natürlich auch ein ganz anderer Punkt noch bedeutend, denn für den Resell, also für das Verkaufen auf einer Plattform, wie zum Beispiel Kleinanzeigen, Parfumo und so, ist es natürlich bedeutend, ob der Duft noch original eingeschweißt ist und natürlich wie viel von dem Duft schon benutzt wurde. Aber was auf jeden Fall ein wichtiger Faktor ist, ist das Ding eingeschweißt, ist es unbenutzt oder eben nicht. Sobald es einmal benutzt wurde, verliert der Flakon so 10-15% an Wert nochmal. Das heißt, das ist wirklich ein sehr wichtiger Faktor. Deshalb, wenn ihr an eingeschweißte, unbenutzte Originalware kommt, für einen Rabatt von 20-30%, dann habt ihr auf jeden Fall schon sehr gute Karten, das Ding wieder loszuwerden. Dachte ich zumindest. Denn für mich persönlich kam diese Idee, dieses Video zu drehen, relativ spontan am Münchner Flughafen. Ich war nämlich Ende November letzten Jahres in München für ein Meet & Greet zu meinem eigenen Parfum Ute 31. Und da habe ich dann eben am Flughafen im Duty Free einen richtig guten Deal gemacht. Ich habe nämlich gesehen, dass der Beach Hut Man von Amouage, ein Duft, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag, dort eingeschweißt, Original verpackt, unbenutzt, für 33% oder so Rabatt zu haben war. Und da habe ich echt überlegt, so, sollst du den mitnehmen? Und ich habe ihn dann mitgenommen, aber nicht um ihn zu tragen, sondern tatsächlich, weil ich wissen wollte, wie groß ist denn die Chance, dass ich diesen Duft für einen Gewinn wieder auf Parfumo verkauft bekomme. Deshalb habe ich mir am Flughafen dann direkt auch noch zwei andere Flakons mitgenommen, weil ich mir dachte, ein Duft, das ist ja nicht wirklich ausschlaggebend. Also brauche ich da auf jeden Fall zwei, drei, dass ich auch so eine gewisse Bandbreite zeigen kann, vielleicht auch einen unbekannten Duft mit dazunehmen. Und das Ergebnis hat mich tatsächlich überrascht. Aber ich habe dann eben drei Düfte gekauft, und zwar den Sleek Suede von Yves Saint Laurent, den Beach Hut Man von Amouage und den Her Majesty The Oud von Atkinsons, was auf jeden Fall schon mal zwei Düfte sind, die, finde ich persönlich, eine hohe Nachfrage haben, plus dann eben noch einen Duft, der, nämlich der Atkinsons, wo ich persönlich nicht sicher war, wie schnell ich den und ob ich den überhaupt mit Gewinn verkaufen kann. Und ganz wichtig ist an dieser Stelle natürlich zu sagen, ich habe das für einen bestimmten Preis eingestellt, habe dann aber, wenn die Leute diesen Preis nehmen wollten, gesagt, hey, du kannst den tatsächlich günstiger haben. Ja, also ich habe de facto an keinem dieser Düfte etwas verdient. Die Rechnung, die ich euch jetzt hier zeige, ist dann eben theoretisch für den Fall, dass ich die mit Gewinn verkauft hätte. Hier sind erstmal die Einkaufspreise, für die ich das Ganze gekauft habe. Ich habe nämlich den Sleek Suede für 120 Euro bekommen, den Beach Hut Man für 210 Euro und den Her Majesty The Oud für 120 Euro. Ich bin also zu Hause angekommen, habe die drei Düfte mit guten Fotos auf Parfumo reingestellt, dazu geschrieben, original eingepackt, eingeschweißt. Und was mich dann echt überrascht hat, ist, wie schnell einer von diesen drei Düften dann direkt mal wegging. Und das war zu meiner Überraschung nicht der Amouage, sondern tatsächlich der Yves Saint Laurent Duft, Sleek Suede. Denn es hat sich tatsächlich jemand auf meinen Preis gemeldet mit 160 Euro und wollte diesen Duft kaufen. Also hier wäre schon mal die Möglichkeit gewesen, den Deal zu machen mit plus 40 Euro Gewinn für einen Flakon, was ungefähr nochmal so 30 Prozent von dem Einkaufspreis ist. Finde ich persönlich eine sehr, sehr krasse Zahl. Und das ist tatsächlich auch wichtig für mein Fazit, was ich euch am Ende von diesem Video noch geben werde. Bei den anderen beiden sah es aber leider nicht ganz so gut aus, denn es hat sich jetzt tatsächlich bis ins neue Jahr noch hingezogen. Die anderen beiden sind nämlich im Januar erst weggegangen. Und ich habe die immer mal wieder zwischendurch neu gelistet, also offline genommen, dann eine Woche später wieder neu gelistet zu einem günstigeren Preis. Und das hat sich wirklich seit November, ich würde sagen, dreimal habe ich die neu gelistet, immer mit einem neuen Preis. Und musste immer ein Stückchen niedriger gehen, weil sich einfach keiner wirklich dafür interessiert hat. So hat sich dann eben am Ende folgende Rechnung ergeben. Den Sleek Suede hätte ich theoretisch für 160 Euro verkaufen können, also mit 40 Euro Gewinn. Den Mieter Man habe ich dann im Januar irgendwann verkauft für 185 Euro, also 25 Euro minus gemacht. Und den Her Majesty The Oud tatsächlich vor einer Woche für 100 Euro. Ich hatte ihn dann, glaube ich, für 110 gelistet. Und der Typ hat dann eben nochmal nachverhandelt, was ich angenommen habe, weil ich den Duft wirklich jetzt seit November hier stehen habe und ihn nicht losgeworden bin. Und habe da auch nochmal 20 Euro Verlust gemacht. Also unterm Strich hätte ich mit diesen drei Düften an dieser Stelle 5 Euro minus gemacht. Hat sich also bei dem vollen Flakon jetzt, obwohl es eingeschweißte Ware ist, plus dann eben nochmal umgenutzt, plus mit einem Rabatt von 30 Prozent, wirklich nicht gelohnt, ja, muss man sagen. Der Aufwand hat sich ja natürlich in Grenzen gehalten, weil man dasselbe Angebot einfach immer wieder neu reingestellt hat. Aber tatsächlich war es schon ein bisschen blöd, weil die Ware steht halt zu Hause rum und du kriegst das Ding nicht wirklich los. Spannend war aber für mich trotzdem die Erkenntnis, dass der Sleek Suede so schnell für einen doch so hohen Preis weggegangen ist. Was ich persönlich darauf zurückführe, dass es einfach ein Duft ist, den du nicht überall bekommen kannst, ja. Und das ist eben etwas, was ich euch gerne am Ende auch nochmal kurz dann zusammengefasst sagen werde. Bevor ich das tue, möchte ich aber noch kurz auf das Thema Abfüllungen eingehen. Denn ich habe mir natürlich auch angeschaut, was so die Abfüllungslandschaft auf Parfumo sagt. Und ich denke, da gibt es vor allen Dingen zwei Düfte, die da wirklich spannend sind. Auf der einen Seite ist es natürlich ein so beliebter Duft wie zum Beispiel Creed Aventus oder vergleichbare. Auf der anderen Seite sowas wie Ombre Nomade von Louis Vuitton oder auch Imagination. Denn da gibt es eine kleine Besonderheit, die tatsächlich sehr, sehr spannend sein könnte. Aber schauen wir uns erst mal Creed Aventus an, denn da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Angebote. Wir schauen auch gerade mal rein, jetzt live hier. Ich habe nämlich hier insgesamt 48 Angebote, die ich hier zähle, wovon es einige Flakons sind, aber auch umso mehr Abfüllungen. Und ich habe mir so ein bisschen die Preisstruktur angeschaut und habe gesehen, dass für zwei Milliliter man so inklusive Handling, das bedeutet die Verpackung, also Versandschachtel plus dann eben auch noch Versandmarke, zahlt man so ungefähr 6 Euro, 6,50 Euro. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal pauschal 2 Euro abziehe für Verpackung und Versand, dann sind wir ungefähr bei 4,50 Euro bis 5 Euro für eine 2 Milliliter Abfüllung. Okay, sagen wir einfach mal, es sind 5 Euro, einfach weil es einfacher ist zu rechnen, dann hast du mit 100 Millilitern insgesamt 250 Euro eingenommen. Wenn sich das Ganze lohnen soll, können wir also, glaube ich, festhalten, dass wir zumindest mal bei diesem Preistag von 250 Euro für 100 Milliliter auskommen soll, was in der Realität dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen schwierig wird, weil Creed Aventus 100 Milliliter Originalpreis 295 Euro sind. Das ist natürlich ein sehr hoher Preis. Bei dem 50 Milliliter Flakon sieht es auch noch ein bisschen schlimmer aus, weil die natürlich tendenziell teurer sind, weil es eine kleinere Menge ist, die du abnimmst. Und ich würde sagen, man müsste an dieser Stelle zumindest dann Secondhand schon kaufen, damit sich das Geschäft bei Creed Aventus tatsächlich für einen lohnt. Was dann auch noch dazu kommt, ist natürlich die ganze Arbeit, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich hätte gar keinen Bock, jeden Tag irgendwie dann zig Abfüllungen fertig zu machen und dafür dann, was weiß ich, pro Abfüllung irgendwie so 2 Euro oder sowas zu verdienen. Klar, das kann man jetzt anders sehen, aber das ist für mich einfach nicht den Aufwand wert, verglichen zum Beispiel mit einem ganzen Flakon, den man einfach eingeschweißt, wieder draufsetzt. Ja, das ist ja deutlich weniger Arbeit für am Ende dann hoffentlich mehr Geld. Ähnlich sieht es meiner Ansicht nach bei Louis Vuitton aus. Auch da bei Ombre Nomad hast du eine ähnliche Preisspanne. Die Abfüllungen sind dafür nicht ein bisschen teurer tendenziell, aber trotzdem kommst du mit Versand ungefähr bei demselben Preis aus. Das Spannende bei Louis Vuitton ist, dass du dir den Flakon natürlich jederzeit bei Louis Vuitton wieder neu auffüllen lassen kannst und du tatsächlich keine guten oder nur sehr wenige gute Secondhand-Deals tatsächlich bekommst, weil Louis Vuitton das nämlich sehr clever gemacht hat, dass du den Flakon wieder auffüllen lassen kannst und deshalb verkauft de facto kaum einer einen gebrauchten Ombre Nomad Flakon zum Beispiel. Um das Ganze mal in einem Fazit zusammenzuführen, ja, ich persönlich habe mir Folgendes gedacht. Ich finde ehrlich gesagt, dass sich bei den meisten Düften das Probenabfüllen eigentlich gar nicht wirklich lohnt, ja. Denn wenn du mir überlegst, dass du am Ende, was weiß ich, 60, 70, 80 Euro dann eben verdienst, im besten Falle, musst du dafür doch trotzdem dann bis zu 50 Abfüllungen fertig machen. Das heißt, du musst dich hinsetzen, du musst das Ganze abfüllen, du musst es verpacken, verschicken, beschriften. Und ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, mir persönlich wäre das viel zu viel Arbeit, ja. Also warum soll ich denn mich hinsetzen, nur damit sich der Flakon dann ein bisschen für mich refinanziert, ohne dass ich dann wirklich deutlichen Profit mache und dann vielleicht sogar letzten Endes noch, das muss man ja auch bedenken, auf dem Schirm des Finanzamts lande, weil ich da irgendwie so eine Art Pseudo-Gewerbe habe, was nicht angemeldet ist. Aber auch beim Flakonverkaufen ist es nicht selbstverständlich, dass man mit einem Profit da rausgeht. Denn wie ihr sehen konntet, bei einer original eingeschweißten Ware, die ich für 30% Rabatt bekommen habe, was sowieso fast schon wie ein Einhorn ist, was man sieht, ja, ist es nicht selbstverständlich, dass der Flakon mit Gewinn dann tatsächlich rausgeht. Und ich habe da letzten Endes jetzt 45 Euro Verlust mitgemacht. Gut, theoretisch wären es nur 5 Euro Verlust gewesen, aber trotzdem hätte ich in der Realsituation damit einfach Verlust gemacht. Der Grund ist auch ehrlich gesagt ganz einfach, warum das so schwierig ist, weil du natürlich durch das Internet eine sehr, sehr hohe Angebotsdichte, selbst bei Düften von Amouage zum Beispiel, hast. Das heißt, es ist wirklich eine spannende Erkenntnis, dass dieser YSL-Flakon so schnell weggegangen ist, weil du ihn eben nicht überall bekommen kannst und du, wenn, in eine Boutique rennen musst oder du ihn nur auf der offiziellen YSL-Website bekommst. Das heißt, ich würde sagen, wenn du einen Flakon mit Profit verkaufen möchtest, besteht deine größte Chance darin, limitierte Sachen oder Sachen, die nicht mehr hergestellt werden, zu verkaufen. Da ist wirklich das größte Potenzial, was psychologisch gesehen ja auch voll Sinn ergibt. Die einzige Ausnahme für das Ganze, damit möchte ich auch nochmal kurz den Bogen spannen zu dem Probenverkauf, denn ich glaube, das Einzige, wo es wirklich sinnvoll ist, Proben abzufüllen, ist bei so Geschichten wie zum Beispiel Louis Vuitton, weil diese Flakons nämlich überhaupt nicht rabattiert zu haben sind und auch sehr, sehr selten nur im Resale zu haben sind. Ganz einfach aus dem Grund, dass die Leute sich den Flakon wieder neu auffüllen lassen können und sich deshalb das Ganze versuchen, so ein bisschen zu refinanzieren. Das wäre meiner Ansicht nach so der einzige Fall, wo sich das wirklich lohnen könnte. Aber auch hier muss man bedenken, willst du wirklich jeden Tag da x Abfüllungen bereit machen? Ja, ich persönlich hätte da gar keine Lust drauf und das sollte man auf jeden Fall immer bedenken. Aber das waren jedenfalls meine Erfahrungen mit dem Parfum Resale. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem kleinen Experiment sagt und was so eure Erfahrungen sind. Habt ihr vielleicht schon einen fetten Deal gemacht und Flakons für einen sehr, sehr hohen Preis weiterverkaufen können? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt auf euren Input. Ansonsten Daumen nach oben nicht vergessen. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Kai.